Die Besatzung des Traumschiffs haben versprochen, sie würden die Flugbegleitung bei einem Deutschlandflug machen. Sie haben es getan, Bulli und seine Freunde, als Stewardessen. Hier unser zweiter Beweis, dass die Wette eingelöst wurde. Willkommen an Bord. Hallo. Servus. Nicht drängeln, gell? Heute ist jetzt wirkt, da kommen Sie rein. Frau Schüppspiel für Sie. Ja, aber er wollte den Playboy. Ja, er hat es besser nötig, glaube ich. Wir fahren ja schon. Wir fahren ja schon. Unser Flugzeug verfügt über einige Notausgänge. Ziehen Sie bitte kräftig an beiden Zeilen. Ja, schaut so aus. Kaffees alle. Wir haben hier eine feuchte Hose. Möchte jemand ein Fluseco? 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 Möchte jemand Funktionswäsche haben? Toll. Uh, was ist toll. So, wir machen noch ein Schokolade. Was ist, wie wir machen? Ja, das ist toll. Ja, das ist toll. Okay. Okay. Ja. Yeah. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020